Handelspolitik Es ist eine Herausforderung, meinte Leutnant Stofisk, doch er schien sie nicht zu fürchten, vielmehr lag in seinen Augen ein gewisser Glanz. Meint ihr wirklich, ihr könntet noch etwas ändern? fragte Seraphine skeptisch. Mittlerweile gab es dort an der Tür zwei Schreibtische, die sich gegenüberstanden. Von meinem Platz aus, sechs Schritte weiter, hatte ich beide im Überblick. Zwischen uns stand ein weiterer großer Tisch. Auf diesem hatte ich eine Karte der Kaiserstadt mit Belegnägeln festgemacht, darauf ausgebreitet und mit Gewichten beschwert. Die Karte von Alda, der Kronstadt der Aldanen. Noch ergaben die Linien nicht viel Sinn für mich, doch das hatte ich fest vorzuändern. Auch an den Wänden hatte sich einiges getan. An der Wand zwischen den Fenstern hingen die Karten der sieben Reiche. Ihnen gegenüber eine größere der Ostmark und noch größere Karten von Letersan und Ilian, so gefaltet, dass man den Bereich von der Donnerfeste bis hin zur Kronstadt und etwas darüber hinaus gut sehen konnte. Auf meinem Schreibtisch stapelten sich die Mappen und Unterlagen. Eine schwere, stellerne Kassette stand mit geöffnetem Deckel neben ihm auf dem Boden. Alleine schon das kunstvolle Schloss nahm einen großen Teil der Kassette ein. Den Schlüssel dazu besaß ich nicht. Wenn ich fertig war, so wünschte es Ulriches, sollte ich die Unterlagen wieder sorgsam in die Kassette packen und den Deckel mit Druck verschließen. Er schnappte daraufhin ein. Schon die erste Akte bot faszinierenden Lesestoff, aber im Moment hörte ich Serafine und Storfisk zu. Etwas ändern? meinte Storfisk. Das auf jeden Fall. Es ist ja die Kunst, aus einer Niederlage einen Gewinn zu ziehen. Er sah zu mir hin und dann schnell wieder weg, als er meinen Blick auf sich ruhen sah. Es ist eine Schande, dass Graf Jasen ermordet wurde. Er ist eigentlich ein Ehrenmann gewesen. Immerhin, er bestätigte, dass der General nicht ohne Grund gehandelt hat und auch in Asgier durften Männer noch die Ehre von Frauen verteidigen. Jetzt habe ich es eingerichtet, dass man sich erzählt, der General hätte bei dem Fenstersturz gegenüber dem Graf Gnade walten lassen. Er hätte das Recht auf ein Duell gehabt. Aber da der General ein tödlicher Kämpfer ist, wäre dies einem Mord gleichgekommen. So kann man sich jetzt die Frage stellen, warum der Lanzengeneral den Graf ermorden sollte, wo es doch eine erlaubte Möglichkeit gab, Graf Jasen zu Soltas Tor zu befördern. Bei Baron Wirten ist es anders. Als er zu Soltas ging, atmeten einige Mütter auf. Der Mann war ein Schürzenjäger, ohne jede Moral. Doch ob seiner Verbindungen zu den Erzminen in Rangor dennoch angesehen. Man verdiente Gold mit ihm und sperrte die Töchter weg. Graf Altins konnte den Mann nicht leiden, aber er war wichtig. Dass der General ihn niederschlug, brachte ihm mehr Applaus als Schelte, vor allem von den Müttern. Ohne die Morde wäre bereits heute Morgen wieder alles ins Lot gebracht. Auch das Gewitter der Königin? fragte Serafine erstaunt. Besonders das, strahlte Storfisk. Man hat eure Königin belächelt. Sie beging einen deutlichen Fehler bei ihrem Eintritt in die Politik. Sie schien die Bittstellerin und unerfahren. Dass sie klug ist, bemerkten nur wenige. Denn ihr fehlte es noch an Wissen um die Zusammenhänge im Reich. So sah man nur ihre Schönheit und Verletzlichkeit. Das zieht Raubtiere an. Gut, dass bei den Aldanern mittlerweile der Baronet von Freise die Entscheidungen trifft. Warum er und nicht der Graf? Stellte Serafine die Frage, die auch mir gekommen wäre. Graf Altin war, sagen wir, etwas stur und altmodisch. Wenig beweglich. Ihm fehlte es an einer gewissen Eleganz des Denkens. Baron von Freise ist da ganz anders. Mit ihm ließ es sich gut reden. Ich sage euch, er hat noch eine große Zukunft. Wenn er wieder genesen wird. Und was habt ihr mit ihm besprochen? Was auf dem Ball geschehen ist natürlich, entgegnete der junge Leutnant voller Eifer. Der Ball wurde ja noch vor Sonnenaufgang beendet. Das erlaubte mir, den Eingang der Botschaft im weiten Umfeld zu zerstören. Zu zerstören? Fragte ich ungläubig. Ja, natürlich, nickte Storfisk eifrig. Wir sind in Askia. Hier ist Magie nicht nur angsteinflößend, sondern auch bewundernswert. Jetzt zu dieser Kerze, wo die wichtigsten Personen am Frühstückstisch sitzen, wird der Tratsch die Runde machen, der das Geschehene am meisten aufbläht. Dass ein Orkan die Front der Botschaft heimsuchte, Blitze tausendfach in den Hof einschlugen, begleitet von einem Donner, der die Welt erschütterte. Er rieb sich tatsächlich vor Begeisterung die Hände. Ihr solltet den Hof der Botschaft sehen. Er ist vollständig verwüstet. Ist das nicht unglaubwürdig? Fragte Serafine, während ich nur fassungslos den Kopf schüttelte. Storfisk schüttelte den Kopf. Aber nein! Jetzt, da es hell ist, kann ja jeder sich die Spuren der Nacht betrachten. Man wird einfach sagen, dass bei Dunkelheit die Spuren nicht so deutlich zu sehen waren und erst das Licht des Tages sie zum Vorschein brachte. Ist das nicht wunderbar? Ist es das? Fragte ich skeptisch. Wie das? Wer außer einer Königin und einer Maestra soll einem Nekromantenkaiser gegenübertreten? Was außer magischer Macht kann den dunklen Kräften widerstehen? Ist es nicht der Traum eines jeden, den Göttern gleich über die Blitze zu gebieten? Was ist das für eine Königin, die nur eine Geste braucht, um jemanden niederzustrecken, der es wagte, ihr den Respekt vorzuenthalten, den sie verdient? Und wer könnte mutiger sein als der General, der sich in das Blitzgewitter warf, um ihre Majestät davon abzubringen, den beiden Schurken ihre gerechte Strafe zukommen zu lassen? Serafine fing an zu kichern, und ich schüttelte nur den Kopf. Mit etwas Geschick, fuhr der Leutnant breit grinsend fort, baut man so auch das Fundament für den nächsten Zweifel. Hätte die Königin die beiden auf der Stelle mit dem Blitz erschlagen, hätte man ihr keinen Vorwurf machen können, sondern ihr noch Beifall zollen müssen. Echte Königinnen dürfen das. Solche Taten muss man als Zeichen rechtschaffenden Zorns sehen, denn nur denen zusteht, die rechtschaffend zornig sind. Wieder kommt die Frage auf, wenn sie es denn hätte tun dürfen, und dann doch nicht Tat, warum sollte sie es später tun? Oder, wenn ihr euch in die Blitze wagtet, um sie abzuhalten, warum solltet ihr dann später noch nach Rache sinnen? Diese selbstlose, aufopfernde Tat, Herr General, ist übrigens ein Beweis für eure Tapferkeit, Ehre und selbstlosen Mut. Zudem auch dafür, dass Blitze schmerzhaft waren. Äh, ja, meinte ich. Werden diese Gerüchte schon verbreitet? Noch nicht, sagte Storfisk, und sein Grinsen verfiel. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Zum einen müssen sich die Gäste des Balls in ihrer Erinnerung einig werden. Das allein ist schwer, aber auch hier kann man einiges bewirken. Wusstet ihr, dass ihr den Graf mit einer Hand durch die geschlossenen Türen des Balkons befördert habt? Der Graf wog bestimmt fünf Steine. Es beweist, hättet ihr ihn töten wollen, wäre es geschehen. Bei solch heldenhafter Stärke gibt es keine Zweifel. So schwer war mir der Graf nicht vorgekommen. Ich sprach heute Morgen schon mit dem Großmeister der Badeninnung. Ihnen unterstehen auch die Tafel- und Wandersänger. Genau auch wie die Spielleute auf den Märkten. Ich versprach ihm einen gewissen Anreiz dafür, dass die Tafelsänger die richtige Geschichte verbreiten. Es wird blutige Knöchel geben, aber das ist der Preis der Dinge. Er sah mich an. Kommen wir zum nächsten Punkt. Die Anklage, die man beim Handelsrat nun gegen euch vorbereitet. Ihr und eure Königin habt den Vulkanausbruch hervorgerufen, der Janas und Umland und selbst Alda verwüstete. Haben wir nicht, begehrte ich auf. Wir wissen das, meinte Stofisk beruhigend. Aber sonst weiß niemand so genau, was ihr dort getan habt. Ich brauche etwas, das dem Gerücht entgegensteht. Eine Heldentat, etwas, das außergewöhnlich ist. Ihr habt nicht zufällig etwas dort getan, das besser klingt, als ganze Länder mit Flut und Beben zu zerstören? Serafine fing an zu kichern. Je mehr sie es zu unterdrücken suchte, desto mehr verlor sie an Beherrschung. Dann brachen die Reihen und sie lachte glockenhell auf. So lustig ist es nicht, gräulte ich und warf unserem Leutnant, der Serafine fasziniert betrachtete, einen warnenden Blick zu. Sie schüttelte den Kopf und rang nach Atem. Nein, lustig ist es nicht, stimmte sie mir zu und kämpfte wieder um Luft. Es hört sich nur so absurd an. Sie wischte sich die Tränen aus den Augen und zwang sich zur Ruhe. Reicht es, wenn die Königin den Kommandeur der feindlichen Streitkräfte, einen Nekromanten und Kriegsfürst des Feindes, der eben gerade beschlossen hatte, Aldane zu verwüsten, mit einem Blitz erschlagen hat? Das ist eine gute Idee, nickte Storfisk begeistert. Der Kriegsfürst ist mit dem Vulkan vergangen. Er wird nichts anderes sagen können. Storfisk, sagte ich ruhig. Eisherr? Es ist keine Idee. Es ist die Wahrheit. Oh, einen Nekromanten? Kriegsfürst? Mit einem Blitz? Ja, sagte ich. Mit einem Blitz. Nur um dies auch klarzustellen, hätte die Königin es tatsächlich so gewollt, würde von der Botschaft nichts mehr stehen. Zur Not hätte ich mit Seelenreißer nachgeholfen. Er fand tragende Balken leichter als geschmiedeten Stahl. Wahrhaftig? Das ist ja großartig. Meint ihr, dass man es einrichten kann, dass sie es demonstriert? Storfisk. Ja. Er sah mich aufmerksam an. Nein. Seine Freude schwand ein wenig. Vielleicht auch nur ein kleiner Blitz. Nein. Der Leutnant seufzte. Das ist schade. Aber gut. Zurück zu diesem Kriegsfürsten. Als sie ihn erschlug. Gab es dafür Zeugen? Jemand, der wichtig ist? Weiß man vielleicht auch den Namen des Verfluchten? Der Name des Verfluchten war Selan, sagte ich. Reicht euch als Zeuge der Prinz der Elfen? Prinz Imri? Den Tarides schon besungen hat? Es gibt ihn wirklich? Allerdings. Götter, rief er aufgeregt. Jetzt habe ich wirklich etwas, womit ich arbeiten kann. Was haltet ihr davon, dass es auf dieser Insel andere Nekromanten gab und vielleicht auch Priester dieses Gottes, die versuchten, die Macht des Vulkans zu verwenden, um den Kriegsfürst wiederzubeleben und Zolta sie dafür strafte? Kommt auf den Boden zurück, Leutnant, knurrte ich. So einen Schwachsinn wird niemand glauben. Der Vulkan brach aus, weil es eben so war. Niemand, auch keine Horde Priester, kann einen Vulkan ausbrechen lassen. Aber ihr müsst zugeben, es hört sich besser an, als wenn ihr es wart. Wie lange dauerte es nach dem Vulkanausbruch, bis ihr die Insel verlassen habt? Gab es dramatische Momente, vielleicht als ihr vor der Lava geflüchtet seid? Wir haben die Insel vor dem Ausbruch verlassen. Kerzenlängen vorher. Auf dem Rücken von Greifen. Kann das dieser Elfenprinz bestätigen? Ja. Gut, wahrhaftig wunderbar. Nur wie bringen wir ihn hierher, dass er darüber aussagt? Ich öffnete den Mund, doch er winkte schon wieder ab. Ich werde mit Taride reden. Sie soll es in das Epos einbauen, das ist genauso gut. Er strahlte uns an. Ihr werdet sehen, das wird wunderbar. Jetzt müsst ihr nur noch den wahren Mörder finden und Asgier wird euch zu Füßen legen. Ihr meint das ernst? fragte ich verwundert. Aber ja. Ihr werdet sehen. Warum habe ich den Eindruck, dass ihr eure Freude daran habt? fragte Seraphine schmunzelnd. Weil es so ist, grenzte Storfisk. Endlich kann ich meine Fähigkeiten vollends in den Dienst des Kaiserreichs stellen. Zudem wird die Meinung oft verfremdet. Es ist ein Vergnügen, es für einen hehren Zweck zu tun. Ich habe noch eine Idee. Ist es möglich, sich einen Greifen von den Elfen zu leihen und es so einzurichten, dass man eure Königin auf dem Rücken dieses edlen Tieres über Asgier fliegen sieht? Oder jemand, der so aussieht? Storfisk, meinte ich. Ihr seid brandgefährlich. Ich weiß, er strahlte. Ich bin nur froh, dass es endlich jemand zu schätzen weiß. Nun, was kostet es, einen Greifen bei den Elfen zu leihen? Nichts. Sie besitzt ihren eigenen Greifen. Wahrlich? Fabelhaft. Ist er hier? In den Stallungen vielleicht? Wird er sich mit ihr zeichnen lassen? Ist er zahm und kann auf dem Tempelplatz zur Schau gestellt werden? Das, Leutnant, wäre eine ganz und gar schlechte Idee. Vergesst sie sofort wieder. Aber, nein. Eis her, sagte der Leutnant. Aber es ist über allemaßen schade. Glaubt mir, Leutnant, das ist es nicht. Es schien ihm schwer zu fallen, die Idee loszulassen, aber er fügte sich. Dann nicht, seufzte er. Jetzt brauchen wir nur noch den Nekromanten. Dann ist alles vollbracht. Welchen genau? Fragte ich und wusste nicht, ob ich erheitert sein sollte oder verzweifelt. Den, der den Baron und den Grafen umgebracht hat, um einen heimtückischen Anschlag auf den Ruf eurer edlen Königin zu begehen. Am besten richtet man ihn öffentlich hin, auf dem Marktplatz. Seine Augen strahlten. Ich sehe es schon vor mir. Eure Königin, wie sie auf ihren Greifen heranfliegt, absteigt, zu ihm schreitet und ihn mit einem Schlag ihres Schwertes köpft. Nicht, weil er ein Seelenreiter ist, oh nein, sondern, weil es ihr Privileg ist, die zu strafen, die respektlos zu ihr sind und er ihre Gnade ungeschehen machte. Welche Gnade nochmal? Fragte ich, von all seinen Worten nunmehr doch verwirrt. Sie ließ die Schuldigen leben, habt ihr das vergessen? Er sah besorgt zu mir hin. Die Königin kann doch mit einem Schwert umgehen und besitzt auch eines, das man schärfen kann. Vielleicht könnt ihr ihr eures leihen. Sie kann, sie hat und es ist auch über allemaßen scharf, krollte ich ungehalten. Es schien es nicht zu merken, auch als ich Seraphine räusperte. Gut, rief er, der Nekromant wird hingerichtet. Damit ist dann das Problem gelöst. Stoffisk, dazu müssten wir ihn erst finden. Das ist kein Problem, strahlte Stockfisch. Ich habe seine Adresse hier. Ich habe das doch richtig verstanden, fragte Desina fassungslos. Er hat seine Mutter gefragt? Wir hatten das Glück gehabt, sie im Turm vorzufinden und sie sah verschlafen aus. Offenbar hatten wir sie geweckt. Jetzt standen wir vor ihrer offenen Tür, unter einem Vordach, das uns vor dem Regen schützte und tranken im stehenden Tee, den Santa herausgebracht hatte. Einen Moment fragte ich mich, warum sie uns nicht hereinbat, denn im Turm sah es recht gemütlich aus. Aber dann erinnerte ich mich daran, dass nur Eulen dieses Gebäude betreten durften. Ja, antwortete Seraphine erheitert. Es geht um Geschäfte. Sein Vater betreibt ein Bankhaus in der Stadt und Baron Wirten ließ sich Geld von ihm. Offenbar empfand Korten den Baron als hohes Risiko und ließ ihn bespitzeln. Der Spion sah, wie Wirten nach Hause kam und bald darauf wie ein Mann das Haus verließ. Er fiel dem Spion auf, weil er sich unter einer Robe mit Kapuze verbarg, obwohl es nicht kalt war oder regnete. Und? fragte Desina verständnislos. Mir war es auch nicht anders ergangen. Die Mutter unseres Leutnants wiederum betreibt ein Handelshaus und beide, Wirten und Jasen, unterhielten mit ihr Geschäfte. Sie ließ sie ebenfalls bespitzeln, erklärte Seraphine. Beide diesmal. Bei Wirten sah der Spitzel noch, wie der Mann sich verstohlen, um eine Ecke schlichen. Das war seltsam genug, um in dem Bericht Niederschrift zu finden. Bei Graf Jasen sah ein anderer Spitzel, wie der Mann in der Robe das Haus des Grafen betrat, als würden ihn die Gardisten am Tor gar nicht bemerken. Wie der Mann herauskam, bekam er nicht mit. Er hörte nur den Donner und dann die Schreie der Bewohner. Ein Mann in einer Robe also, sagte Desina. Davon gibt es Tausende. Der Wind trieb einen Regenschauer in unsere Richtung und ließ das dünne Kleid der Eule wehen. Im Hintergrund hörten wir, wie die Tempelglocken zur dritten Glocke schlugen. Bevor ich ihr antwortete, zog ich meinen Umhang enger, denn es war doch ein wenig kühl. Aber nicht die roten Stiefel mit dem gelben Aufsatz und den silbernen Blütenstickereien. Es gibt nur einen Schuhmacher in der Stadt, der solche Stiefel anfertigt, sagte ich und seufzte, während ich unwillkürlich auf Serafines Stiefel herab sah. Es scheint, dass Meister Breckert drei Kunden für diese Stiefel hatte. Einen Graf Wittmar, der Mann ist nahezu hundert Jahre alt und geht an Stöcken. Die andere ist eine junge Frau, eine gefragte Kurtisane. »Asela?« fragte die Eule. »War sie es also doch?« »Nein, sie nicht«, seufzte ich. »Eine andere.« Diese Sera ging zur fraglichen Zeit ihrer Arbeit nach und verwöhnte einen Höfling aus Sertina. »Wer ist der Dritte?« »Ein Händler aus Rangor,« erklärte Serafine. Er war auch auf dem Ball. Ein Mann namens Helx, der vor einigen Jahren mit gewagten Spekulationen Aufsehen erregte und so Zutritt zur feinen Gesellschaft fand. Allerdings hat sich Baron Korten, der Vater unseres Leutnants, schon immer gewundert, wie dieser Helx das vollbracht hat. Kortens Berechnungen nach hätte er Verluste machen müssen und nicht Gewinne. Dann erinnerte er sich, dass Helx ihm eine Zahlung in Gold geleistet hatte und ging in seinen Schatzkeller, um zu sehen, ob er das Gold noch besaß. So war es auch. Das Metall ist etwas unreiner als das des Kaisers und besitzt einen rötlichen Schimmer. So wie dieses Gold hier. Ich hielt ein Geldstück hoch, das wir auf dem Schiff in der Schmugglerbucht gefunden hatten. Es trug das Wappen Talax und glänzte rötlich im trüben Licht. Santa lachte. Ich mag es kaum glauben, aber die Beweiskette scheint mir stimmig. Er schüttelte den Kopf. Wie hat dieser Leutnant das vollbracht? Er traf sich mit seiner Mutter zum Frühstück, sagte ich grimmig. Die bat dann den Vater dazu und eins ergab das andere. Die beiden Eulen wechselten einen Blick. Ich fühle mich etwas nutzlos, meinte Santa. Fragt mich mal, knurrte ich. Also seid ihr hergekommen, damit wir diesen Nekromanten stellen, meinte der Sina und lächelte erfreut. Das auch. Aha, sagte sie und sah mich prüfend an. Was noch? Wir müssen ihn lebend bekommen. Dazu braucht es eine Art magische Fessel. Ich wollte fragen, ob ihr wisst, ob es so etwas gibt und wo man es finden kann. Ihr wollt ihn befragen, stellte Santa fest und nickte zufrieden. Es wird auch Zeit, dass wir diesen verfluchten einmal die Zunge lockern. Vielleicht führt er uns zu anderen seines Schlags. Ja, das auch. Danach aber muss er noch leben. Warum? Ich seufzte. Damit meine Königin auf ihrem Greifen eine Runde über dem Richtplatz drehen kann, um dann hoheitsvoll abzusteigen und den Nekromanten mit ihrem Bandschwert zu richten. Damit sie eine Heldin ist und die Gunst der Stadt gewinnt. Darum. Die beiden Eulen sahen mich entgeistert an. Ich konnte es ihnen nicht verdenken. Wäre es nicht besser, den Nekromanten zu beobachten, um zu sehen, ob Rampe zum Zeughaus hinunter gingen. Desina war nicht mit dabei, sondern befand sich auf dem Weg zu Hoch Inquisitor Pertog, um mit ihm die Verhaftung abzustimmen. Das haben wir auch überlegt, aber die Zeit dazu haben wir nicht. Ich dachte, nichts ist so schnell wie ein gutes Gerücht, fragte Santa erheitert. Das mag sein, befand Seraphine, aber es geht ja nicht um das Gerücht allein. Die Meinung ist es, die sich ändern muss. Habt ihr euch schon an die Tore gewöhnt, Santa? fragte ich ihn. Er schüttelte den Kopf. Ich misstraue ihnen noch immer, aber das hilft mir nicht weiter. Desina ist fasziniert von diesen Toren, und es bleibt mir nichts anderes übrig, als sie zu begleiten. Ich kann sie ihr schlecht allein gehen lassen. Er seufzte. Das Ich sehe ein, wie nützlich die Tore sind. Morgen werden Desina und ich uns nach Olmenhort begeben, einer alten Festung in der Ostmark, keine 30 Meilen von Brandenau, dem Sitz des Marschalls entfernt. Der Kommandant wünscht einen genaueren Bericht über die Lage, um zu sehen, ob man dort Truppen abziehen kann. Wenn es nach Desina geht, werden wir alle Tore erforschen, die fallen, gibt es ein Fach mit Steinen, aber viele sind es nicht. Was habt ihr, Lanzen General? Ich habe etwas vergessen, erklärte ich. Es hätte mir früher einfallen sollen. Was? fragte Seraphine. Ihr seht es gleich. Wie ich gehofft hatte, war an einem der drei offenen Schalter der alte Veteran zu finden, der wieder zu dösen schien. Ich ging zu ihm hin und klopfte an die Lade. Er öffnete ein Auge. Nur die Ruhe, ich bin wach, meinte er. Ihr tragt meine Rüstung nicht, Lanzen General, teilte er mir vorwurfsvoll mit und setzte sich gerade hin. Ihr wusstet, wer ich bin? fragte ich. Was denkt denn ihr? grinste er. Was ist es, das ihr braucht? Habt ihr jemals etwas von einem Torbuch gehört, Korporal? Hm, meinte er und kratzte sich am Kopf. Mir scheint, da wäre etwas, aber die Generalskisten, platzte Seraphine heraus. Im Zeughaus der Zweiten gab es mal einen Brand und eine wurde beschädigt. Wir mussten sie neu packen und dort drinnen befand sich ein Buch, das von Askanon selbst gesiegelt war. Ich war selbst Zeugwart, meinte sie, als der Korporal sie seltsam musterte. In der Zweiten, ja? Auch wenn ihr es nicht glaubt, gab Seraphine zurück. Ich glaube es, meinte der Korporal und schwang sich von seinem Stuhl. Heutzutage glaube ich fast alles. Und wenn die Zweite Soldaten rekrutiert und über einen Lanzen General verfügt, warum nicht auch über einen Zeugwart? Schließlich wäre damit der wichtigste Posten schon besetzt. Nur dass man einen guten Zeugwart im Offiziersdienst verschwendet, ist mir unverständlich. Ich wurde dazu gezwungen, meinte Seraphine lächelnd und der Veteran stieß ein kurzes Lachen aus. Also Major, wie sehen diese Kisten aus? Sie sind aus schwarzem Ebenholz, mit Bändern aus Silber und Stahl besetzt und besitzen ein Siegelschloss, für das man den Ring des Generals braucht. An die erinnere ich mich. Wir haben davon nicht allzu viele. Wartet hier. Ich bin so gleich zurück. Halt! Er schwenkte herum wie ein Ballistentum. Zeigt mir euren Ring. Ich hielt ihn ihm folgsam hin. Er murmelte etwas zu sich selbst und eilte in ungleichen Schritten aus seinem Schalterraum nach hinten. Etwas später kam er mit einer flachen Kiste wieder, nicht viel größer als zwei Folianten. Hier, meinte er und schob die Kiste durch die Ladenöffnung. Versucht euer Glück damit. Er wies auf das kaiserliche Siegel. Drückt euren Ring dort hinein. Ich tat wie geheißen. Es klickte leise und der Deckel sprang auf. Alle hielten den Atem an, als ich den Kastendeckel anhob. Doch zuerst schien nichts Besonderes in dieser Kiste zu sein. Ein Seerohr, kleiner als die, die ich bislang kannte, was ich praktisch fand. Eine kleine Dose aus Messing mit einem Magnetstein darin, eine Schick, aber nicht größer als die Innenfläche meiner Hand. Darunter eine Karte und etwas anderes, das ich nicht erkennen konnte. Ich griff das erste Buch, schlug es auf und stöhnte. Götter, fluchte ich, wie soll man diese Schrift denn lesen? Sie ist so klein, dass sie einem vor den Augen verschwimmt. Ich musterte den Titel. Kaiserliches Heeresgesetz, stand dort in ebenmäßigen Lettern geschrieben. Da kann ich aushelfen, Lenzengeneral, sagte der Zeugwart und zog eine Lade auf, der er ein weiteres Döschen aus Messing entnahm. Er öffnete es, klappte die Linse auf, die sich darin befand und legte sie auf den Text, der darunter größer wurde. Das zweite Buch war mit einem Siegel und einer Schnur verschlossen. Ich brach das Siegel und schlug es auf. Es war groß genug geschrieben, ergab aber auf den ersten Blick nur wenig Sinn. Auf jeder Seite waren zwei Blöcke von Zahlen zu finden, drei Zahlen auf der linken und neun oder manchmal zwölf Zahlen auf der rechten. Das ist das Torbuch, meinte Santa. Desinas Buch ist dicker, war genauso verschlüsselt. Die Zahlen links enthalten Koordinaten für die kaiserlichen Karten. Rechts stehen die Nummern für die Steine, die man Ich nickte und nahm die letzten beiden Dinge heraus. Eine gefaltete, fein gezeichnete Karte, die das Reich in seinen alten Grenzen zeigte und ein elegant geformtes Stück Elfenbein mit einer goldenen Spitze daran, das Serafine laut die Luft einziehen ließ. Ich habe davon gehört, rief sie ganz aufgeregt. Darf ich? Ich nickte amüsiert. Sie war wie ein Kind am Namenstag. Sie bat den Zeugwart um ein Blatt und als sie es bekam, setzte sie die goldene Spitze auf das Papyrer und ein feiner schwarzer Strich erschien. Götter, sagte Santa ergriffen. Ich wette, Ulrik, es gäbe seine rechte Hand dafür. Dann würde es ihm wohl nichts mehr nützen, lachte Serafine und strahlte mich an. Ist das nicht großartig? Eine Feder, die ewig schreibt. Ja, sagte ich. Großartig. Ich verstand ihre Aufregung nicht. Gut, man sparte sich die Gänse und das Tintenfass, aber ich fand das Seerohr weitaus nützlicher. Ich verstaute den Inhalt der Kiste in meinen Taschen, gab Serafine die seltsame Feder, die Karte und auch den Magnetstein und schob die Kiste wieder dem Zeugwart hin. Die Kiste könnt ihr behalten, meinte ich. Er strahlte und bedankte sich, als hätte ich ihm einen Gefallen getan. Sonst noch etwas? fragte der Korporal und sah Santa und mich an. Ihr beide habt mir schon Arbeit genug gemacht. Wobei ich mich nicht erinnere, dir diese Rüstung ausgegeben zu haben, Santa. Die Eule fand sie in dem Turm. Ich bin jetzt ihr Adjutant, Kerl. Der Veteran brummte, doch er lächelte dabei. Bei den Seeschlangen warst du immer schon verschwendet. Bei den Eulen naja, wenigstens haben wir jetzt wieder eine. Er sah zu mir hin und schmunzelte. Wenn ihr wieder vorhabt, einen Blitz aufzuhalten, überlasst es unserem Santa hier. Wenn ich mich nicht sehr täusche, ist seine Rüstung für solches gemacht. Der Korporal war mein Schwert Ausbilder, erklärte Santa uns lächelnd. Seitdem meint er, am besten zu wissen, was gut für mich ist. Ein Blitz ist es nicht. Wenn du sagst, grinste der Mann, kann ich sonst noch etwas für euch tun? Wir brauchen Fesseln für einen Seelenreiter, magische Fesseln. Wir wissen, dass es so etwas gab. Will die Eule nicht im Turm danach suchen, wenn sie jetzt schon Rüstungen ausgibt? Es gibt dort keinen Zeugwart mehr, Kerl. Es würde zu lange dauern. Wenn du nichts findest, müssen wir suchen. Aber wir hofften, du könntest uns helfen. Ich bin der beste Zeugwart der Legionen. Vielleicht mit Ausnahme des Majors hier, sagte Kerl. Aber wenn du Wunder erwartest, wirst du etwas warten müssen. Er zog die Gittertür auf und winkte uns herein. Hier standen ein mit Kladden überladener Schreibtisch und ein altersschwacher Stuhl. In der Ecke vor der Gittertür, die zum Lager weiterführte, befand sich kleiner eiserner Ofen, darauf eine Kanne aus getriebenem Kupfer. Tee ist in der oberen Schublade, meinte der Korporal, als er die Lade hinter uns schloss. Zeig Manieren, Santa, und mach dem Major einen Tee. Ich bin noch in dieser Woche wieder zurück. Er griff sich einen Korb aus Draht und rumpelte davon. Wollt ihr Tee? fragte Santa Seraphine, die lächelnd den Kopf schüttelte. Ihr seid mit vielen hier sehr vertraut, Santa, sagte ich, als ich dem Zeugwart nachsah. Stört es euch nicht? Zu große Vertrautheit ist nicht immer gut. Solange der Respekt gewahrt bleibt, stört es mich nicht, sagte Santa. Es ist mir fast lieber so, denn seitdem ich diese silberne Eule trage, gibt es einige, die vor mir kriechen. Das kann ich noch weniger gebrauchen. Hier, Harwald, sagte Seraphine leise und wies auf einen Kasten, der an der Wand hing. In ihm befanden sich vier silberne und eine goldene Münze. Die Auszeichnungen des Korporals. Ein Wunder, dass er keinen höheren Rang innehat. Es ist beeindruckend. Die Münzen bringt man an der Brustplatte an. Er sagt, er ist genau da, wo er sein will, meinte Santa. Es gibt hier einen Lageroffizier, aber der weiß es besser, als sich mit dem alten Kerl anzulegen. Dies ist sein Reich und ich gönne es ihm. Erzählst du wieder alte Geschichten, meinte der Zeugwart, als er zu uns zurückgehumpelt kam. Glaubt ihm kein Wort, Lanzen General. Alles gelogen, bis auf die Geschichte, dass ich mit einem Schlag einen Drachen erschlug. Er grinste breit. Allerdings war der nicht länger als mein Arm. Er stellte den Korb ab, der eine Stange, ein Halsband aus Metall und eine starre Fußfessel enthielt. Wann wart ihr denn im Süden, Korporal? fragte ich. Und der Zeugwart erstarrte in seiner Bewegung, um mich dann misstrauisch anzusehen. Woher wollt ihr denn wissen, dass ich im Süden war? Ihr habt es mir eben selbst gesagt, meinte ich. Der Drache. Götter, fluchte Karl, ich und mein loses Maul. Dabei habe ich so oft damit angegeben, ohne dass jemand die Verbindung zog. Er musterte mich. Die neun Steine an eurem Ring hätten mir eine Warnung sein sollen. Dennoch, ich kann euch darüber nichts sagen. Wie ihr sagt, es sind neun Steine. Ich kann mich auch an den Kommandanten wenden, doch ich würde lieber darauf verzichten. Er zögerte und schaute dann zu Santa. Santa, tust du mir den Gefallen und gehst etwas spazieren? Major, ihr vielleicht auch? Das wird nicht nötig sein, sagte ich. Sagt mir, wo ihr diesen Drachen gesehen habt. Es ist fast vierzig Jahre her, antwortete Kjal mit einem Blick, der in die Ferne gerichtet war. Als mein Leutnant nach Freiwilligen suchte und mir Todessolt anbot, wusste ich, dass ich sowohl dumm als auch gierig war. Todessolt? fragte ich. Der zehnfache Sollt für die Dauer des Einsatzes und Auszahlung des normalen Sollts für die vereinbarte Dienstzeit des Soldaten an die Hinterbliebenen, erklärte Serafine und Santa nickte. Genau das, bestätigte Kjal. Wir schifften uns ein. Es war kein Schwertschiff, sondern eine Galleasse und bis zu den Ruderluken mit Vorräten beladen. Der Auftrag war geheim, aber wir wussten bald, worum es ging. In den tiefen Süden nämlich, dort alte Karten zu überprüfen. Eine junge Feder hatte das Kommando, ein Seher Bursche, der nichts durchgehen ließ. Wir überquerten das Meer der Stürme und wären beinahe abgesoffen. Und einige hatten sogar Angst, wir würden über die Kante der Weltenscheibe fallen. Wir waren fünf Wochen unterwegs, ohne auch nur ein einziges Mal Land zu sehen. Dann erblickten wir Land voraus, einen dichten Dschungel und darin die Ruinen einer alten Stadt. Das musste man der Feder lassen. Sie wusste, wie man Karten liest. Nach all den Jahrhunderten war der Hafen so weit versandet, dass wir gerade so an den alten Steinen anlegen konnten. Zwei Gruppen wurden zusammengestellt. Eine sollte die alte Stadt erforschen, die zweite Gruppe sollte sich ins Inland wagen. Einer dieser verdammten Drachen biss mir in den Arm. Deshalb wurde ich der Gruppe zugeteilt, die diese Stadt erforschen sollte. Unsere Aufgabe war einfach. Der Leutnant der Federn führte uns. Er hatte Karten dabei, die uns durch die Ruinen zu bestimmten Orten lenkten. Einer war eine Pyramide in der Mitte der Stadt. Dort kletterten wir bis zur Spitze hinauf und oben gab es ein kleines Haus aus Stein, das mit einer Stahlplatte verschlossen war und mit drei Siegeln. Der Leutnant besah sich diese Siegel, machte eine Notiz, dann ging es weiter. Der nächste Ort war ein Turm. Wieder gab es eine Tür mit Siegeln. Der dritte Ort war eine kaiserliche Wehrstation, wo er uns draußen warten ließ. Der vierte war ein alter Turm am Hafen, doch der war eingestürzt. Und wenn es dort auch eine solche Tür gegeben hat, fanden wir sie nicht. Das war es. Wir kehrten zum Schiff zurück und warteten auf die andere Gruppe. Als sie nach zehn Tagen nicht zurückgekommen war, legten wir ab und fuhren zurück. Abgesehen davon, dass ich beinahe am Fieber starb, war es einfach verdientes Gold. Aber nicht für die dreißig waren, die im Dschungel blieben. Ein Land jenseits des Meers des Stürme, fragte ich. Der Korporal nickte. Genau das. Und eine Ruinenstadt des Alten Reichs? Das habe ich nicht gesagt. Nein, ihr habt nur eine kaiserliche Wehrstation erwähnt. Er seufzte. Ja, es gab kaiserliche Gebäude dort. Aber die Stadt selbst war fremdartig. Mit Gebäuden, die mit steinernen Götzen und Ungeheu anverziert waren und breiten Straßen und überall Pyramiden mit vielen, vielen Treppen. Wie groß war diese Stadt? Ich würde sagen, etwa so groß wie Rangor oder Alda. Aber niemand lebte mehr dort, obwohl die Brunnen noch immer klares Wasser führten. Und seltsame Hunde gab es, geschubbt und mit Flügeln. Fahrt Tramen, fragte ich erstaunt und der Zeugwart nickte. So hat der Leutnant der Federn sie genannt. Verfluchtschlaue Biester, sie stahlen unseren Proviant. Fahrt ihr schon mal dort? Nein, fahrt fort. Es gibt nicht viel mehr zu sagen. Ich war fast vier Monate weg. Der Todessold hat sich für mich ausgezahlt. Genug für ein kleines Haus in der Außenstadt. Das war es dann. Danke, Korporal, sagte ich. Eine verlassene Stadt mit kaiserlichen Gebäuden auf der anderen Seite des Meers der Stürme, versiegelte Türen und war Tramen. Es sagte mir nicht das Geringste, außer dass ich jetzt wusste, woher der Nekromanten Kaiser seine Jagdhunde bezog. Der Korporal schnippte mit den Fingern. Eines fällt mir noch ein. Wir haben die Stadt natürlich auch so durchstreift und mit ein paar Kameraden durchsuchten wir den alten Marinestützpunkt. Sogar die Möbel waren noch da, wenn auch verrottet und ein Schild am Strand, das besagte, dass der Landgang außerhalb der Stadt Kaliste verboten war. Kaliste hieß die Stadt? So scheint es. Hm, ich sah auf seinen Korb hinab. Was habt ihr uns mitgebracht? Ich hob das Halsband heraus, das sehr dem ähnelte, dass ich selbst auf der Feuerinsel um meinen Hals gespürt hatte. Ehrlich gesagt, meinte der Korporal, offenbar froh darum, über etwas anderes sprechen zu können, weiß ich es gar nicht so genau. Im Turm der Eulen werdet das hier habe ich aus einem verstaubten Winkel gezogen, der einigen Kram für die Nachtfalken enthält. Da sie die Aufgabe hatten, die Verfluchten zu stellen, dachte ich, ich sehe dort mal nach. Ich glaube, ich war seit Jahrhunderten der Erste, der dort herumgeschlichen ist. Er hob die Stange an. Sie war hohl, und an einem Ende befand sich eine silberne Kette, die eine Schlinge bildete. Mit so etwas fängt man wilde Tiere. Aber hier sind Runen an der Stange. Das Halsband erzuckte mit den Schultern. Die Fußfesseln sind aus Silber, etwas angelaufen. Deshalb sind sie so dunkel, auch mit Runen versehen. Fußfesseln aus Silber ergeben keinen Sinn, außer sie wären für besondere Gefangene. Das ist alles, was ich habe. Ob es etwas nützt, weiß ich nicht. Santa kratzte sich am Kopf. Irgendwie stelle ich es mir schwierig vor, einen Nekromanten festzuhalten, während wir in aller Ruhe ausprobieren, was geschieht. Wollt ihr den Kram mitnehmen? Ja, sagte Santa. Wir werden herausfinden, wozu es taugt. Ich zeichne gegen. Während er das Warenbuch zeichnete, wandte ich mich noch einmal an den Zeugwart. Wisst ihr, wie viele Reiterrüstungen der Drachen es noch gibt? Es kommt darauf an, wer sie trägt, wie viele Teile passen. Mehr als 1100, weniger als 1900. Brustpanzer haben wir mehr, da sie kaum mehr verwendet werden. Hm, sagte ich. Stellt euch vor, ihr befindet euch mit eurer Lanze in einer Wehrstation in einem fernen fremden Land, die von einer Legion des Feindes angegriffen wird. Ein unangenehmer Gedanke, meinte er und bedachte mich mit einem scharfen Blick. Ist es schon so weit? Als er keine Antwort erhielt, nickte er und seufzte. Also gut, ich stelle es mir vor. Worauf wollt ihr hinaus? Nehmt an, ihr könntet auf magische Art und Weise etwas aus eurem Zeughaus zu euch holen, um es dem Gegner schwer zu machen. Was wäre das? Egal was? fragte er und schmunzelte. Sagen wir, es müsste von zwei bis vier Packpferden getragen oder gezogen werden können. Also doch nicht ganz so magisch, stellte er fest. Aber wenigstens wisst ihr, wen man fragen sollte. Folgt mir, damit ich euch staunen lassen kann. Der Korporal nahm eine Laterne vom Haken und entzündete sie mit einem Kienspan am Ofen. Ich hoffe, ihr seid gut zu Fuß, grinste er. Das, was ihr sucht, finden wir nur in den tiefsten Tiefen. Götter Erklärte der Zeug ward stolz. Und je tiefer es geht, umso größer werden die Hallen. Ihr findet ihr alles, General. Von Booten bis zu Schlitten, alles, was je ausprobiert, gebaut und dann vergessen wurde. So wie Beutegut und Rüstungen und Waffen. Geschenke fremder Reiche, Tribute, alles, was irgendwann von Wert gewesen ist. Vielleicht sollte man aussortieren, was nicht mehr zu brauchen ist. Aber wer will diese Arbeit tun? Also liegt es hier und sammelt Staub. Für den Fall, dass ein General kommt, schlau genug ist, die richtigen Fragen zu stellen. Auf der fünften Rampe blieb er stehen und öffnete ein schweres Tor mit einem der vielen Schlüssel, die er bei sich trug. Hier unten stehen die Fuhrwerke, teilte er uns mit. Sie, die Rampe hochzubekommen, wäre ein gutes Stück Arbeit. Aber alles, was jemals hier hinein kam, kommt auch wieder hinaus. Hinter dem Tor lag ein großer Raum, von dem weite, dunkle Gänge wegführten. Harwald, sagte Serafine und wies auf den Boden. Ich nickte. Ich hatte es schon gesehen. In einem großen Achteck, bestimmt zwanzig Schritte im Durchmesser, führten handbreite goldene Bahnen zu Eckpunkten, die faustgroße Vertiefungen enthielten. Ich hatte so etwas schon einmal gesehen. Im Keller des Gasthofs zum Hammerkopf. Ein Frachttor, wie Kennard uns erklärte. Ich nahm an, dass sie wie die anderen Tore mit Torsteinen zu bedienen waren, nur dass wir für diese Tore keine besaßen. Nützlich, meinte Santa dazu, vor allem, wenn es direkt in das Zeughaus führt. Er schmunzelte ein wenig. So falsch lag dir mit eurer Frage also nicht General. Ich werde dir Sina fragen, ob sie irgendwo große Torsteine gefunden hat. Der Korporal sah uns fragend an. Es ist ein magisches Portal, erklärte ich, und hätte mir auf die Zunge beißen wollen, es war noch immer ein Geheimnis. Vielleicht auch nicht. Wie das im Haus der Eule? fragte der Korporal. Es gibt die wildesten Gerüchte darüber, grinste er. Mehr über die Edelsteine, die es braucht, sie zu bedienen, als über die Tore selbst, fügte er hinzu. Ein einziger von ihnen macht wohl einen Mann reich fürs Leben. Oder bringt ihn an den Galgen, meinte Santa trocken. Oder das, gab der Korporal zu und öffnete ein letztes Tor zu einer Halle. Er hielt die Laterne hoch, sodass wir die Leuchtgloben unter der Decke sahen. Es gibt wohl eine Möglichkeit, sie zum Leuchten zu bringen. Aber weiß niemand, wie es geht. Wir müssen uns also mit der Laterne begnügen. Die Halle war mit Fuhrwerken vollgestellt, die meisten von ihnen mit Planen bedeckt. Einspänner, zwei Spänner, sogar Sechser- oder Achterzüge gab es hier. In allen Formen und Größen, offen, geschlossen, einige ganz normal erscheinend, andere wieder mit Aufbauten versehen, die keinen Sinn ergaben. Kjarl führte uns an einer ganzen Reihe Wagen vorbei, die wie Boote aussahen und dann in der Ecke blieb er vor einer Reihe Fuhrwerke stehen, die unter Planen verborgen waren. Er zog einen verborgen. Das hier, meinte er, es gibt acht davon. Eine Wehrstation des Kaisers, belagert von einer Feindlegion. Dann will ich diese haben und auf die Welle stellen, glaubt mir, kein Feind will dann noch dort belagern. Er wies mit der Laterne auf das Wappen an den Wagen. Es gehörte den Bibern, den kaiserlichen Pionieren. Die hatten jede Menge solches Zeug. Es waren Arbalesten oder leichte Ballisten, die auf einem Wagen mit hochklappbaren Seitenwänden angebracht waren. Nur dass diese Bolzenwerfer aus Metall waren, ähnlich den Ballisten auf den neuen Schwertschiffen. Es gab Kurbeln daran und lange Hebel, ein verwirrendes Geflecht an Zügen aus Draht, die über Rollen liefen. Dort, wo sich der Schaft der Balliste befand, waren auf der Oberseite mit Streben versehene Schienen angebracht. Er öffnete einen langen Kasten, der neben der Arbaleste auf dem Wagenboden stand, und entnahm ihm einen Stapel metallener Bolzen, die gut anderthalb Schritt lang waren. Eine Klammer hielt jeweils fünf von ihnen zusammen. Er wuchtete den Stapel zwischen die Schienen auf dem Schaft der Arbaleste und ließ Er lehnte sich gegen einen Hebel, der zur Seite stand, und quietschend schwenkte der Bolzenwerfer herum, bis er in das Dunkel rechts von uns zeigte. Wenn ihr jemanden wahrhaftig erschrecken wollt, dann braucht ihr diese hier. Er wies auf den Stapel Bolzen, der in den Schienen lag. Wie ihr seht, passt hier noch ein weiterer Stapel. Zehn Bolzen also. Er setz dich in diese Schale. Die Eule tat wie ihm geheißen und der Zeugwart zeigte ihm, wo er die Füße auf Pedale setzen sollte. Fang an zu strampeln, Santa, grinste Karl, und als Santa strampelte, begann sich ein großes, schweres Rad zu drehen. Von diesem Rad getrieben bewegte sich langsam eine lange Stange hin und her. Der Zeugwart trat nun hinter den strampelnden Santa, der so tief saß, dass er fast lag, und zog an einem langen Hebel. Eine Kralle fuhr nach oben, ergriff die daumendicke Sehne aus gedrehtem Draht und zog sie nach hinten. Es klackte, einer der Bolzen von dem Stapel fiel nach unten, ein hartes Klacken folgte, dann löste sich mit einem harten Schlag ein Bolzen und schlug krachend die Sehne wieder ein, fuhr zurück und der nächste Bolzen fiel in die Vertiefung. Götter, entfuhr es mir. Du kannst aufhören zu strampeln, meinte der Zeug war zu Santa. Der wälzte sich von dem Sitz herunter und massierte seine Oberschenkel, während er sich staunend diese mörderische Waffe besah.